Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wie beeinflussen die Sternen und Sternbilder unserer Finanzen heute am 23. August 2017? Etwas beenden Von etwas trennen oder etwas kündigen kann ein finanzieller Vorteil sein. Es kommen Einflüsse von außen, vielleicht Zahlungen. Dadurch entsteht eine gewisse inneren Unsicherheit oder Unklarheiten. Wir verlieren gerade die Orientierung. Viele Menschen bekommen sogar Ängste. Und genau dieses Gefühl sollte man überwinden. Es ist eine langsame Bewegung. Es sind kleine Gewinne möglich. Die größere Gewinn kommt noch. Die Chancen sind also da, Gewinn zu machen oder die Gewinne zu vergrößern. Aber es ist noch etwas undurchschaubar und unklar im Augenblick. Aber wir sollen den Mut nicht verlieren und wir sollen konzentriert bleiben. Und vielleicht auch als Ziel setzen, wie viel Gewinn möchten wir erreichen und das nicht aus dem Auge verlieren. Und diese inneren Kraft brauchen wir im Augenblick. Wenn jemand wissen möchte, wie könnte er ihre Finanzen verbessern, welchen sind die richtigen Momente im Leben, im richtigen Ort zu sein. Wo liegen die Hindernisse, wie kann man diese Hindernisse überwinden. Dabei kann ich helfen. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Und das war meine heutige Finanzenergie. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Nandera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen.